Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Overwatch und heute bin ich mal nicht alleine, weil bei mir ist... ...die Julia! Genau! Ja, der neue Charakter Anna ist draußen und die werden wir heute wohl mal testen müssen. Die nette Heilerin. Genau, die Schafschützenheilerin. Ja, das wird lustig. Jo. Vision ist anscheinend diesmal in Kings Row. Scheiße, da hat schon jemand die Anna genommen und da hat noch jemand Anna genommen. Da nehmen wir auch noch Anna. Nehmen wir auch noch Anna. Ja, und wir sehen, ich hab da mal Geld gespart und hab mir schon mal einen der legendären Skins für sie gekauft. Ja, legendäre. Da ist schon mal einer raus. Anscheinend sind zu blöd mit Anna und da ist noch einer raus. Nehmt alle Anna. Kommt schon, alle Anna nehmen. Wie sie auch noch hören. Animation dazu. Ja, nehmt! 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 Ich muss sein, so. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Das hat schon mal einen coolen Skin der da links der Fonds hat mit alternativen Skin. Die anderen haben alle Standardskins. Oh. Aber man muss ja auch mal ein bisschen unterscheiden können. Ganz ehrlich, die Runde kann ein... Echt ein Anna-Team. Übrigens, wir sind nicht in der Gruppe oder so, sonst werden die Namen grün hinterlegt. Also es ist alles random, das ist jetzt purer Zufall. Ja, die Runde kann eigentlich nur scheiße werden jetzt, aber... Tja, was will man anfangen mit sechs Heilern? Mhm. Wir können nun... Eigentlich müssten wir uns sterblich sein, aber wir können uns zu... Ja, wir können nicht sterben. Ihr könntet euch die ganze Zeit gegenseitig heilen. Ja. Dann machen wir dann keinen Schaden, weil... Wenn wir uns gegenseitig heilen, können wir auf keinen Gegner schießen. Aber die kriegen euch auch nicht dood. Ja, irgendwie nicht dood. Hoffen wir's mal. Hallo. Bleib mal heilen. Ich glaub, du hast Schaden genommen, obwohl du dich noch gar nicht angefangen hast. Oh, Mann. Oh, Frau. Oh, Frau stimmt ja. Oh, Frauen. Oh, Frauenbund. Ha ha. Oh, Mann. Und der Rieber muss erstmal schlafen, weil wir schießen in den Schritt, aber... In den Schritt, ja in der Schritt schießen. Das können wir keinem vollkommen. Ha 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 ha. Ei. Kranbred ist allerdings schlecht. Ah, wenn ich dood. Doodd, doodd. Finds interessant, wir haben zwei Spiele mit Prestige 1, und die gehen auf die Dummheit ein, die wir hier machen. Ich glaub denen ist das Scheiße egal, wir gewinnen oder verlieren. Ja, bei dem Spiel. Ja, ganz ehrlich, bei drei Anna ist es, es ist egal, es war so egal. Die Erna, ja, die gute Ali Erna, Muti Erna. Äh, ja. Erna ist wie in der Bärenfalle gefangen. In der Bärenfalle? In der Bärenfalle. Ja. Ich möchte mich entschuldigen, wenn meine Scharfschützen-Skills jetzt nicht die besten sind. Oh, naja, gut, ich treff ja wohl doch, nur da kann keiner was sagen. Du versteckst dich einfach da in der Telefonzelle. Nein, ich kann mich nur dahinter verstecken. Scheiße. Das geht auch hoch. Äh, ich glaub, irgendwie der Chunk wird hier, da hat was gegen mich. Gerade hat er drei von uns geholt, Alter. Aber, drei Erna, ja. Ich sag's doch, die Chunk wird, hat was gegen mich. Dir irgendwie persönliche Probleme. Ich weiß es nicht. Verpasst nicht, dass ich eine Legende, den legendären Skin schon für sie hab. Ja, ich glaube, der ist neidisch. Ja, weil ja, vielleicht würde er das gern für so einen Charakter tragen. Na, was geht ja leider nicht. Da war ja schon wieder dieser Terrorist. Ja, da war der Tod, der Tod. Oh, mein Uldi ist wohl. Auf was für einen Charakter werde ich jetzt wohl einsetzen. Vermutlich auf eine Erna. Wobei. Schafschütze gegen Schafschütze. Heilschafschütze gegen Reinen Schafschützen. Ja. Das funktioniert nicht. What, da ist einer Außerkeler ausgebrochen. Das spielt einer als Dieber. Das kann aber gar nicht angehen hier. Nein. ich glaube ich werde danach auch mal wechseln müssen auch wie die Runde wohl heilos verloren ist denke ich natürlich auf einer wobei auf die Diva wäre vermutlich sinnvoller gewesen weil Anna macht ja eigentlich effektiv gesehen keinen Schaden das ist unsere Diva oh mein Gott auch das Geilste und dann mit vieler wollen ja heute nicht bald ich mich nicht so viel erdacht er bei der Musik durch ein der Jungen für mich heilend Prozent er vergeudet er seinen und die für ein Haus und für den Lappen so als Reiz der guten alten Reinhardt hier mal aufgerollt genau ich erwarte natürlich dass ich mich jetzt alle heilen wir so viele erinnerst dabei haben der mindestens kann er nicht an gedanken nach wie läuft läuft und Geld war sehr das war die Rache so vorhin wie in der riebe ja der Schmerzen ich bin unser Stürmer haben so viele erinnerst ihr könnt mir gar nicht so wie Schaden machen die mich wegfallen jetzt bin ich am Arzt jetzt bin ich am aber noch nicht vorbei aber die Tracer noch gar nicht oder mit Tracer wie wie jetzt wo man so zwei erinnerst ja wie es geht sind ein bisschen auf die Klinik also ich muss gar nicht sagen sie ist schon geil aber ein Team aus einer System bis zum das ist die Verdammnis in Person ich möchte was werden Reinhardt's Anzug ist von BNW gemacht durch den Wertabweilung wir kommen der Kurs auf der Wälder der Wälder von von den japanen werden der Skandal mit eingebaut dem wobei ne ne das ist unten die ist wie in die eine schon schlimme Nuchtanweil er ist ein Schwabe der dreck sagt daran so die bleiben aber eisern bei ihrer erinner so schauen dass sie mich heilt das ist jetzt weg dieses support charakter kein angriff wenn sie in zwei bespielen schon der stadt wir haben gerade den Affen gemanscht zermanscht da war der Affe Du oder Affe zu Affenbrei da genau die eine erinnern muss in der mir bleiben vor Ort wo du bleibst da aber wieder aber aggressiv da rein hat vertreten nicht genau aber er hat da rein an sich ist mit der menschlichen keller ein keller wissen hier nicht werden abwissen hier in den Gang und Keller wird ein Buster macht als Feierabend ja ich bin übrigens hier mal nur also Stoßstange und so große Stoßstange ne Spoiler ist ja das hinten drauf das ist egal ich bin kein Auto ich muss sowas nicht wissen und drauf drauf weiß nicht was ich gemacht habe ich habe gleich mal getötet es reicht das gilt das wollte ich das wollte ich erreichen sagt nix oh hallo sind ja da hallo hallo Hubschlag ein auf die Affe geben mir auf oh ich bin tot ich bin tot nein nein ich lebe noch ich lebe noch und und Alter Avidu ich glaube der ist langsam ein bisschen deprimiert erst habe ich ihn zermanscht jetzt habe ich ihn nochmal aus dem nahen Tod und die Anna halten ja diesmal ganz ehrlich ich hätte nicht gedacht oh da hat die Anna den Ulti auf mich gemacht oh hallo Reaper Reaper bleib mal da bleib mal da bleib mal da du so Schlinge so kleine Schlingel du und ihr was wollt ihr denn hier machen und das sind zu tun lege und steht und m er r das wird wenn ich zwei Heiler haben und in er noch nicht der effektiv bis der Heiler und sie macht auch ein bisschen schaden und aber sie kann in den Schlaf schicken und sich zweifel ist zwar noch nicht gesehen aber wenn wir mal zeigen auch das passiert da ist eine Führung eingebaut hat er dürfte man nicht macht wenn mich dagegen spricht bei mir wird man es voll wenn ich dagegen wo es dann noch muss mit der Faust drauf für die Haare da ich glaube es sollte man entweder etwas an die Spür zu den meiden ich finde da er ist abwärtig er hat eine Runde aus er hat angefangen er eine er hat ihm wir sind hier gerade ich habe wollen wir haben eine Minute und fast 40 Sekunden alle vereinen aber es wäre natürlich noch für diese gewesen hätten wir sie mir eine reine nach dem Platz ich habe er geht gegen der Heiler zu verlieren das ich bin das sind ja lieben und ein paar die Runde das mit der Füge die Gelegenheit auch aber mit dem Kopf im Boden alle sind ja da muss weg er will ja da muss oder Affe der Affe der Affe der Affe der Alte stirbt die Uhr ist geholt dieses Verwerflichen Affen am Boden zu verprügeln er wurde mich schocken ja da hat er es heilige und in der Grund für die und das war zu sehen alle vier ok hatte verdient und damit würde ich sagen herzlichen Dank für die Einstellung und bis hin zu bei der nächsten Folge Oberwurz das war er noch wenn auch nicht sonderlich gut aber wir haben die Runde gerissen also bis zum nächsten Mal ciao